Hallo Mädchen und Jungen. Diese Trophäe hier handelt von einer Taube namens Fahnenmast. Und ich werde es dir sagen. Wie? Fahnenmast hat seinen Namen. Mein Vater. Hatte Tauben. Machen etwa 200 davon. Und jeden Morgen ging er aufs Dach. Und lass die Tauben raus. Früh am Morgen. Er liebte es, ihnen beim Fliegen zuzusehen. Sie würden umkreisen. Und die Morgensonne würde sie treffen und von ihnen reflektiert werden. Und sie sehen aus wie ein Regenbogen am Himmel. Herumbewegen. Er liebte es. Sie waren schön. Aber an diesem einen Tag. Als er sie wegließ. Eine Taube flog heraus und landete auf dem Fahnenmast. Das mochte mein Vater nicht. Das hat ihr gar nicht gefallen. Er wollte, dass seine Tauben fliegen. Aber die Taube blieb am Fahnenmast. Mein Vater dachte, er sei vielleicht krank. Aber plötzlich flog er davon und flog herum und mit den Flügeln zu schlagen, sich glücklich zu fühlen, fühlte sich gut an. Er war froh, am Fahnenmast zu stehen. Aber mein Vater mochte es nicht. Wenn die Tauben herunter kamen, pfiff mein Vater und sie kamen herunter. Aber kein Fahnenmast. Er blieb am Fahnenmast. So landete sein Name am Fahnenmast. Brunnen. Mein Vater war sehr aufgeregt. Aber als er sich die Gebühr geschnappt hat. Und er legte es in den Fahnenmast des Hühnerstalls und kam herunter, um mit den anderen Vögeln zu essen. Ich glaube, er hatte Hunger. Mein Vater sah in den Stall, und der Fahnenmast war eine schöne Taube. Er hatte perlweiße Augen, einen wunderschönen rosa Schnabel und schöne glänzende schwarze Federn. Und er schaute auf den Fahnenmast und sagte zum Fahnenmast. Aussehen! Du bist eine schöne Taube. Aber du musst mit den anderen Tauben fliegen. Sie können nicht auf den Fahnenmast gehen. Wir haben ihn beide nur angeschaut und mit seinem Kumpel herumgetanzt. Und du hast ihn nicht beachtet. Aber mein Vater hat ihn gewarnt. Flieg mit den anderen Vögeln! Tun! Als mein Vater am nächsten Morgen hinaufging, um die Vögel wieder herauszulassen, um den Regenbogen am Himmel zu sehen. Nicht Fahnenmast! Alle anderen Tauben gingen hoch. Der Fahnenmast ging ganz oben auf den Fahnenmast und stand da. Genau wie dieser. Mit ausgestreckten Flügeln gestresst. Und seine Flügel hoben sich sehr hoch. Er liebte es, auf diesem Fahnenmast zu stehen. Er würde davon fliegen und herumfliegen, aber wieder auf dem Fahnenmast landen, die Brust in die hoch erhobenen Flügel strecken. Er liebte es, am Fahnenmast zu stehen. Mein Vater war sehr aufgebracht. Es hat ihm nicht gefallen. Er wollte, dass er mit den anderen Vögeln flog. Mein Vater hat gepfiffen. Alle Vögel kamen herunter, als er die Füße packte, kann. Fahnenmast kam herunter und ging in den Stall. Aber mein Vater war sehr aufgebracht. Er packte den Fahnenmast. Steckte sie in eine Papiertüte und brachte sie zur Taubenbörse und verkaufte sie. Er sah zurück, als der Fahnenmast auf dem Bildschirm war. Man konnte sehen, dass der Fahnenmast sehr unglücklich war. Unzufrieden. Er mochte es nicht, in diesem Bildschirm zu sein. Er wollte zu Hause bei seinem Kumpel sein und oben auf dem Fahnenmast. Aber mein Vater sagte zu ihm. Das ist das Ende dieses Abschieds. Ich werde dich nie wieder sehen. Brunnen. Ein paar Wochen vergingen. Mein Vater ließ die Vögel raus. Sie würden alle wie ein Regenbogen am Himmel fliegen. Er liebte es. Aber dann warf er einen Blick auf den Fahnenmast. Und da oben war eine Taube. Mit ausgestreckter Brust und hoch erhobenen Flügeln. Ja, das ist richtig. Du hast es erraten. Es war ein Fahnenmast. Er kam nach Hause. Und er war oben auf dem Fahnenmast. Was schlagen sie auf seinen Flügeln vor? Zeit erhöhen? Er war so glücklich, zu Hause zu sein, kreiste sogar um den Fahnenmast und landete auf dem Fahnenmast. Mein Vater hat gepfiffen. Alle Tauben kamen herunter. Aber sie flehten nicht, denn er blieb mit ausgestreckter Brust da. Seine Flügel erhoben sich hoch. Als er sich das Futter schnappte, kam Kenfleckblö herunter. Im Stall wetzen. Mein Vater schaute in den Stall und sagte. Du hast Glück. Diesmal bist du nach Hause gekommen. Aber geh nicht auf den Fahnenmast oder ich verkaufe dich wieder. Nun, am nächsten Tag. Wenn. Mein Vater ließ die Tauben raus. Fahnenmast ging bis an den Fahnenmast. Wir beachteten meinen Vater nicht. Mein Vater hat sich aufgeregt, steckte ihn in die Papiertüte, brachte ihn zur Taubenbörse und verkaufte sie wieder. Fleckblö ball kam wieder nach Hause. Er landete auf dem Fahnenmast. Mein Vater hat 14 Mal Fahnenmast verkauft und 14 Mal Fahnenmast kam zurück und landete auf dem Fahnenmast. Er streckte seine Brust aus und seine Flügel hoben sich hoch. Als er zum 14 Mal herunterkam. Mein Vater hat in den Stall geschaut und sagte, ich gebe Fahnenmast auf. Du bist viel schlauer als ich und schenkst mir keine Beachtung. Sie können auf den Fahnenmast gehen. Ich bin es leid, dich zu verkaufen. Und das ist die Geschichte des Fahnenmastes. Also, Kinder, ich hoffe, euch hat die Geschichte gefallen. Und bitte erzähle deinen Freunden von der Fahnenstange. Er war eine schöne Taube.